Heute soll es hier um eine Info gehen und danke übrigens für die 90.000 Abonnenten. Kuss geht raus an alle, die ein Abo da gelassen haben und schauen wir uns das Ganze mal jetzt auf Twitter an. Fortnite hat vor ein paar Stunden etwas sehr interessantes gepostet und zwar haben die hier einen Teaser rausgehauen zu einem neuen Skinset, das dann bald in den Itemshop reinkommen wird. Eventuell kommt es dann auch schon morgen um 2 Uhr rein, wenn nicht, kommt es spätestens in 2-3 Tagen, sollte das Ganze dann im Shop verfügbar sein. Und zwar ist ganz genau dieser Skin damit gemeint. Machen wir mal kurz hier die Musik aus, denn dazu gibt es auch ein passendes Emote, was wir uns ganz ganz kurz anhören, denn es ist ein Copyright Emote und übrigens es ist ein Icon Series Skin und ein Icon Series Emote. Let's go! Also das Emote muss ich sagen, werde ich mir auf jeden Fall gönnen, denn es ist gar nicht mal so schlecht und die Musik gefällt mir. Der Tanz ist jetzt, naja, aber ich feiere die Musik irgendwie, ist ein recht cooler Skin und dabei wird nämlich noch einiges sein und zwar bekommen wir hier einmal den Skin, ist ja klar, ein Backbing bekommen wir da, eine Spitzhacke ist auch dabei, die ist aber aktuell verschlüsselt, das Emote haben wir bereits gesehen und der Gleiter ist aktuell auch nicht verfügbar, also ist auch verschlüsselt und wir können nicht sehen, wie das Ganze aussieht. Der Skin besitzt drei Stile, einmal hier auf der linken Seite haben wir den Standardstil, in der Mitte haben wir schon einen etwas verrückteren Stil und auf der rechten Seite einen ultra verrückten Stil. Credits gehen natürlich hier an die Liga raus, die das Ganze gepostet haben bzw. herausgefunden haben und die stehen hier sowieso alle, einmal Hypex, NotOfficer und der Kollege hier in der Mitte und trage gerne meinen Credercode im Shop ein, danke für euren Support und dann beende ich hiermit das kurze Infovideo. Bis zum nächsten Mal.